Hallo, ich möchte euch heute ein kleines Video zeigen, das ist eine Pistentür, Moment, die man von außen, hier sagen wir, ich bin jetzt von außen und will jetzt reingehen, dann kann ich sie auch von innen wieder schließen. Oder von außen wieder öffnen und von innen wieder schließen und von außen wieder öffnen und das ist alles so aufgebaut. Und das möchte ich ganz kurz ein Video, das alles nochmal neu aufzeigen. Aber auch die Pisten, Redstone, Repeater, Fackel braucht den nicht, na doch, zum testen. Und mit Knöpfen, wenn ihr mit Knöpfen machen wollt, könnt ihr es ja ruhig überlegen, wie ihr es macht, aber ich mache es jetzt so, also gut. Dann machen wir hier ein bisschen Platz. Nein, nein. So, hier habt ihr jetzt einfach mal so einen Eingang, ok. Dann ist irgendwo hier so der Hebel. Dann müsst ihr erstmal hier aufmachen. Ich mache das dann mal mit volle, damit man weiß, wo die Tür ist. Also man weiß, wo der Eingang ist, wenn wir das genau sehen. Und da rot ist meine Liebingsfarbe dauerlich rot. Also macht ihr hier Repeater, Redstone, darüber den gleichen Scheiß. Repeater, Redstone. Hoppa. Dann die Schenke, Die Wichter müssen auf Stufe 3 sein. oder 2, keine Ahnung, irgendwas ja, 3 ist schon richtig ja, 1 war es jetzt, 2, dann 3 so, Punkt so, und gucken, ob es jetzt auch funktioniert so, einmal hinsetzen hier auch einmal hinsetzen so, fährt aus mach ich mal so falsch mach ich so, Punkt irgendwie ist es identisch, aber es hat so, so, so okay, okay, egal, 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 Punkt ähm das hat jetzt geklappt, jetzt müsste ich einfach nur ich mach ja mal ein bisschen mehr das ist wirklich winzig jetzt müsst ihr hier so eine kleine Treppe hoch machen, um das hier alles verbinden so, wenn du das zum 8 so, dann geht schon eine Seite nein, funktioniert schon eine Seite schon mal hier hinten das mache ich mal lieber rechts das ist ein bisschen 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 man ey, das ist, das ist noch, der Mausrat ist wirklich im Arsch so ne, danach könnte ich das so abschalten ich kann nichts dafür, wenn die Grafik nicht so gut ist, jetzt wie bei mir, ja, das ist dann nicht meine Schuld und damit ihr das so machen könnt, dass es ähm so gut ist, dass man das auch von innen machen kann mach ich mal den Schalter mach ich mal so, 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 so mach ich mal hier und damit schon markiere um mich zu markieren mache ich hier noch redstone so hoffentlich hört man meine Stimme jetzt muss ich das lauter machen nein, so jetzt müsst ihr aufpassen aufpassen, nö dann müsst ihr das hier bauen ich weiß nicht mehr wie das heißt, ich hab's vergessen ich weiß auch nicht mehr ah so, so, so gut ne, verkühlt und ne, schlägt so, so 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 jetzt müsst ihr das aber so so sagt dich und immer so und das alte Stier genau ein das muss hier ist ein so muss das sein, warte, so so muss das aussehen von dieser Entfernung 2 so dass ihr noch 2 dahin setzen könnt zur Restzone vor der Fackel ja, danke die haben vor auch diese die schlägt das 0 vor das kann Vielen Dank. 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 Vielen Dank.